Jo Leute, das ist meine Stadt Schweden, habe gleich 100.000 Einwohner und zwar habe ich hier so ein richtig geilen was auch immer so gebaut, so Startgelände, Schirp X, so Rakete, dies, das. Sorry, noch Corona und deswegen habe ich mir dann so gedacht, yo, einfach mal Rakete starten, weil ja und das will ich dann halt so aufnehmen und es ist halt sehr cool. Ich habe keine Ahnung, was ich labere. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal diese Rakete, um zu schauen, wie es aussieht. Okay, aha. Keine Ahnung, ob Tobi überhaupt noch so weit kommt. Mit seinem Let's Play. Ah, das Spiel ist ja, das Spiel ist pausiert. So, Rakete starten. Oh, oh, okay, 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 komm, starte, starte. Komm. Yo. Oh, scheiße. Yo, also. Yo, zeig her. Yo. Yo, die Rakete fliegt. Die kann fliegen. Und jetzt? 2037. Ja, das war, das war mein Video. Danke fürs Zusehen, Zuschauen und das war, oh, viele Zuschauer. Ja, vielen Dank. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.